Bin ich noch rege oder hast du gemerkt, dass Christian viel gelassener ist in letzter Zeit? Ja, sag's nicht, seit wir mit Clara arbeiten, sehe ich noch viel mehr auf dem Gang oder in der Küche. Ja, eigentlich würde ich ja sagen, ein richtiger, chillter Chef. Meine Herren, wie habt ihr's? Gehen wir auf ein gutes Kaffee? Das ist auch sehr wichtig in einem kleinen Unternehmen, Stichwort Team Spirit. Ja, für mich sehr gerne. Ah, für mich nicht, ich muss da noch schnell die Löhne eingeben. Ja komm jetzt, lass doch das Clara machen lassen. Also, Christian weiss schon, dass Clara die Daten nicht alleine in die Systeme einträgt, oder? Natürlich weiss ich das, aber Clara, mach dein Büro einfacher und lass dir mehr Zeit für das, was du wirklich liebst, zum Beispiel Kaffee trinken. Komm!